Einmucksung, du bist tot. Das ist doch unmöglich. Du bist ein Mensch. Mein Name ist Jared Howe. Ich hab schon seit zwei Jahren mit keinem anderen Menschen gesprochen. Helony, Strider. Das ist der Anfang einer Liebesgeschichte. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Abgesehen von einer Tatsache. Wir befinden uns in der Zukunft. Die Menschheit ist so gut wie ausgestorben. Wir wurden von einer anderen Spezies überfallen, die unsere Erinnerungen löscht, um unsere Körper zu benutzen. Aber einige von uns sind noch übrig und schlagen zurück. Ich locke sie weg. Melanie, nein! Komm mit uns. Niemals! Fast alle Knochen sind gebrochen. Die Organe gerissen. Die hier will unbedingt leben. An menschliche Körper muss man sich erst mal gewöhnen. Sie sind nicht wie die anderen, die wir bisher benutzt haben. Ihre Emotionen sind starr. Wenn ihr Wille zusammen mit ihren Erinnerungen überlebt habt, wird ihr inneres Widerstand leisten. Gerrit. Das ist kein Mensch. Sollen wir aufhören, die Menschen zu leben? Alles an ihr vermisse ich. Ich tue alles, um sie zurückzubekommen. Ich muss es wissen. Ist das noch Melanie?